Hey, yo zusammen und willkommen zu einem ganz kurzen Video. Das ist jetzt noch nicht das Infovideo, das ich machen werde für Herr der Ringe. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass ich bis zum 3.3. in Klausurvorbereitungen stecke, was echt knackig ist. Ich habe es jetzt vorher noch aufgenommen. Es gibt noch ein paar Videos. Aber es wird so sein, dass ich ab 20. Ihr werdet 1-2 Wochen lang ohne Videos auskommen müssen. Wird nicht anders gehen. Jetzt lasst mich kurz nachschauen. Wann ist das? Ich habe jetzt noch für die Woche und für nächste Woche. Sprich, ja, also die Woche vom 27. bis zum 5. Vielleicht auch bis zum 12. Muss ich gucken, wie ich es hinkriege an diesem einen Wochenende. Vielleicht bis zum 12. Zwei Wochen. Keine Videos, weiß ich noch nicht. Gegen 20. Also nächste Woche Montag kommt dann vermutlich das Infovideo. Vielleicht aber auch erst am 27. Ich muss gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme. Mit dem ganzen Zeug, dass wir dann wirklich gescheit starten können. Das wäre es auch eigentlich schon. Also ich wollte euch wirklich nur kurz Bescheid sagen. Videos, komm es noch ein paar. Vielleicht nicht die besten, weil ich ein bisschen unter Druck stehe. Und danach, sobald ich frei habe, geht es wieder normal weiter. Jetzt ist es halt einfach noch ein bisschen knackig. Es kann sein, ich schleppe noch Klausuren nach. Wegen Krankheit und Zeugs. Dass es sich nochmal verschiebt. Da kann ich jetzt leider noch gar nichts dazu sagen. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Ciao. Ciao.